Mein Name ist Thorsten Schreiber von der Firma Zeilenwert. Wir sind zum ersten Mal auf der Frankfurter Buchmesse als Aussteller und hatten das Glück, auch die Pfadfinderführungen mitzumachen, die sich für uns sofort ausgewirkt haben im Bereich Presse und im Bereich Neukundenkontakte und werden das sicherlich auch im nächsten Jahr wieder tun. Das war für uns eine sehr erfolgreiche Woche.